Herzlich Willkommen Leute, heute ein ganz wichtiges Video und zwar heute wollte ich euch mal erklären was das Problem ist mit diesen ganzen Leuten, die diese Studien, die gegen Tierprodukte sind, widerlegen und die erzählen dann, ja hier diese Studien stimmen nicht deswegen und deswegen und deswegen und deswegen und deswegen wollte ich euch heute erklären, wie diese Leute vorgehen und was sie dort benutzen als Werkzeug, ja um diese Studien zu machen. Studien, die gegen Tierprodukte sind zu widerlegen, ja ihr wisst wahrscheinlich es gibt zum Beispiel Low Carber tun das, ja oder es ist zur Zeit so eine Asiatin am kommen, ja die erzählt den Leuten Gutes über ihre schlechten Gewohnheiten, ja und das finden alle ganz toll, deswegen ist sie ziemlich am Brennen zur Zeit und die hat auch ein Video über Milch gemacht, ja und hat da erklärt warum Milch kein Gift ist, ja ganz klar. Und auf jeden Fall wollte ich hier erzählen, wie diese Leute da vorgehen, ja sie machen eigentlich nichts anderes und das trifft immer auf alle zu, auf alle Low Carber und diese ganzen Leute, die erzählen Tierprodukte sind gut, ja wie gesagt die Leute wollen das hören, wenn du sagst Eier sind gesund, dann finden das alle ganz gut, dann finden dich auch alle ganz gut, ja. Und wenn du sagst Speck ist gesund, ja und Fleisch ist gesund, also Tierprodukte als gesund zu bezeichnen ist schon mal, sagt eigentlich schon alles, ja weil ihr wisst ganz genau, dass man sowas nicht machen kann, ja das was ein Nahrungsmittel gesund macht, das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Und die gibt es nur in Pflanzen, ne aber das wisst ihr ja, deswegen wisst ihr so und so immer Bescheid, aber ne für neue Zuschauer, auf jeden Fall, wie gehen diese Leute da vor, ja. Sie gehen so vor, wie es die Tabakindustrie gemacht hat, ja. Die Tabakindustrie geht so vor, dass sie die Leute so früh wie möglich abhängig machen kann und dann für den Rest des Lebens behalten, ja. Das steht sogar irgendwo bei denen in den Papern drin, ja, dass man so vorgeht und man weiß auch zum Beispiel die Tabakindustrie funktioniert auch so. Ich glaube, das wurde irgendwann mal in irgendwelchen Papern veröffentlicht, ne, ganz ganz lange her, dass die haben gesagt haben, ähm, doubt is our product, ja, also Zweifel ist unser Produkt. Es sind irgendwann, äh, irgendwann kam die Tabakindustrie, ja, und hat Milliardenumsätze gemacht, alle haben geraucht, auch alle Ärzte haben geraucht, wisst ihr ja, ne, 1930, 40, 50, so die Zeit. Und da gab es auch allerlei Zeitschriften, auch diese Ärztezeitschriften, da stand dann, waren dann Arzt abgebildet mit einer Zigarette im Mund und hat empfohlen, ja, rauch doch, ne. Und, äh, wisst ihr ja, von, von NutritionFacts.org wahrscheinlich, äh, gibt es ganz tolle Videos zu dem Thema und auf jeden Fall, wie gesagt, Zweifel ist unser Produkt, ja, das muss man sich merken. Das ist ganz genau der Grund, wie diese ganzen Leute arbeiten, ja, sie arbeiten nämlich mit Zweifel. Äh, wie hat die, die Tabakindustrie das jetzt genau gemacht, die hat zum Beispiel, als rausgekommen ist, dass Rauchen ungesund ist, ja, und der Umsatz ist auf einmal gefallen wie ein Stein, was haben die gemacht? Die haben angefangen, äh, Zweifel in die Gesellschaft reinzustreuen, indem sie zum Beispiel, äh, Zigaretten verkauft haben mit, stand dann auf der Schachtel, weniger Nikotin, ja, oder jetzt mit Filter, ja, man zeugt Zweifel. Zweifel, ja, ein Raucher, der irgendwie aufgehört hat zu rauchen, aber voll rauchen will, guckt sich dann diese neue Packung an, da steht, oh, weniger Nikotin, oh, das ist ja jetzt gesünder und vielleicht ist das gar nicht mehr schädlich, ne. Oder mit Filter, oh, Filter, der Filter hat alles Schlechte raus und dann hat man nur noch Gutes oder Neutrales, ja, auf einmal schadet es mir nicht. Siehst du, du erzeugst Zweifel bei den Menschen, ja, und das funktioniert immer. Genau wie Leute auf meinen Kanal kommen und mir dann erzählen, zum Beispiel, diese komplett verwirrten Menschen, ja, erzählen mir dann, äh, man kann nichts mehr essen, ja, da, äh, das ist ungesund, das ist ungesund, dann war ich, äh, äh, also du erzählst, die Tierprodukte sind ungesund, hast diese und diese und diese Gründe, dann gehe ich auf einen Low Carb Kanal, der erzählt mir, pflanzliche Produkte sind ungesund, weil die haben Kohlenhydrate und die haben Antinährstoffe und die haben Fruktose und das ist alles Gift und ganz schlecht und man kann gar nichts mehr essen, ich bin verwirrt, ich weiß nicht mehr, was ich essen soll, ja, man blickt ja überhaupt nicht mehr durch, bla bla bla, ne, schon wieder Zweifel, ja, diese Leute auf der anderen Seite, die für Tierprodukte sind, haben Zweifel gestreut, ja, zum Beispiel, dass, wie gesagt, Kohlenhydrate sind schlecht, ja, pflanzliche Produkte haben Antinährstoffe, deswegen, darfst du die nicht essen, vor allem Getreide und sowas, Gluten, dieser ganze Scam, ne, dieser ganze gewaltige weltweite Scam und auf jeden Fall, wie macht es die Fleisch- und Milchindustrie, ja, es kamen irgendwann Studien raus, die, äh, gezeigt haben, ähm, Fleischmilchprodukte und so sind ungesund, ja, ähm, zum Beispiel, ja, nehmen wir einfach mal, hier habe ich eine Studie ganz kurz, ja, die zeigt, äh, wenn du Milch trinkst, hast du ein, ähm, 130% höhere Wahrscheinlichkeit ein Parkinson, zu erkranken, ja, ja, ihr wisst, das ist eine von den über 1000 Studien, die es, äh, gegen Milch gibt, ne, und was macht dann die Industrie, die Milchindustrie zum Beispiel gegen solche Studien, die veröffentlicht selber selbst bezahlte Studien, äh, das heißt, die stellt selbst Studien auf die Beine, nimmt Teilnehmer, bezahlt die Ärzte, ja, damit die ganz bestimmte Ergebnisse ganz bestimmt anzeigen, so wie man das auch bei, äh, bei, äh, die Ölindustrie bei Kokosöl macht zum Beispiel, ja, man, man, man sieht hier, Cholesterin steigt an, steigt an, steigt nicht an, steigt an, steigt an, man zeigt ganz genau das hier, ja, um, wie gesagt, ne, im Fulltext siehst du dann natürlich den Rest auch, aber in der Conclusion siehst du halt ganz genau diesen einen Wert, wie auch immer, und auf jeden Fall, äh, ja, so arbeiten die, ja, indem die dann gegen Studien rausbringen, ja, und wie gesagt, ich habe zwei Videos gemacht, wie man Studien versteht, unten verlinkt, ja, da habe ich mal aufgeklärt, wo da der Fehler liegt, der Industrie, ja, ganz, ganz wichtig, die zwei Videos angucken, und wie arbeiten jetzt diese Leute, hier zum Beispiel diese Asiaten oder die, die, äh, Low Carb und alle für, für Tierprodukte, die Asiaten arbeitet zum Beispiel so, ja, wie ich in ihrem, äh, Milchvideo gesehen habe, ähm, die sagt einfach, die, oder allgemein erstmal gesagt, wir arbeiten die alle zusammen, die arbeiten mit einem Werkzeug, und dieses Werkzeug heißt Imperfektion, ja, Imperfektion ist das Gegenteil von Perfektion, sie gehen davon aus, oder es ist ja auch tatsächlich so, dass, äh, oder sie gehen von der Tatsache aus, dass Studien imperfekt sind, ja, das bedeutet, es gibt keine perfekten Studien, ich habe euch das auch schon mal erklärt, ja, in dem Video über China Study und so, dass, äh, es gibt keine Studie auf dieser Welt, die man nicht anzweifeln kann, ja, deswegen jede Person, die über eine Studie spricht, kannst du sagen, nein, stimmt nicht, ja, und dann ziehst du dir Sachen aus den Fingern, die ich euch jetzt gleich erkläre, zum Beispiel diese Asiatin geht einfach hin, ja, und sagt, Korrelation ist keine Kausalität, kann ich auch zu dieser Studie, die ich gerade gezeigt habe, sagen, ja, du sagst einfach, Korrelation ist keine Kausalität, das läuft zusammen, aber das heißt nicht, dass es der Auslöser ist, verstehst du? So wie man, äh, zum Beispiel im Sommer mehr Eis isst, gibt es mehr Badeunfälle, zum Beispiel, ne, weil Leute mehr Baden gehen und die zwei korrelieren miteinander, heißt aber nicht, dass das, äh, Karusal ist, ne, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, dass das der, der Auslöser ist, verstehst du? Und so, das sagen die einfach, weil die davon ausgehen, ja, eine Studie ist imperfekt, ja, was machen? Low Carver, Low Carver gehen hin und machen, äh, so gesagt, den, den zweiten Weg, den man wählen kann, ja, weil Studien imperfekt sind, die gehen hin und sagen, äh, Studien, diese Studie ist nicht adjustiert nach irgendwas, ne, also, die gehen nach adjustiert nach, ne, das ist ihr Argument, diese Studie ist nicht adjustiert nach Alter, diese Studie ist nicht adjustiert nach Größe, ja, und so weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, einfach ist nicht adjustiert nach, bis irgendwas zutrifft, ja, das wurde nicht nach irgendwas bestimmtem, nach Körpergewicht adjustiert und deswegen kann es sein, dass diese Studie nicht stimmt, weil die hat nicht darauf geachtet, dass die Teilnehmer alle gleich schwer sind oder gleiches Geschlecht oder was auch immer, ne, das machen Low Carver, das kennt ihr auch von Low Carbern, weil das erzählen die, ne, ähm, habt ihr da ja auch auf Livestreams, Low Carber gegen High Carber zum Beispiel, habt ihr das auch gesehen, ne, da kam, äh, ganz genau das, ne, ist nicht adjustiert nach, siehst du, die gehen einfach, das ist einfach die Methode, die diese Leute benutzen, ja, die gehen von Imperfektion von Studien aus, Studien sind immer imperfekt, das liegt daran, dass du nicht alles ausschließen kannst, ja, um eine perfekte Studie zu gestalten, müsstest du eine Studie haben, die ein, nach eine Million Sachen adjustiert, ja, und das geht nicht, von daher sind Studien immer imperfekt, und, ähm, ja, das ist ganz genau das, was die Tabakindustrie, ja, Milchindustrie, was auch immer, immer machen, Zweifel, ja, Zweifel streuen, ja, zum Beispiel Korrelation ist keine Kausalität, und schon fängst du an zu zweifeln, ja, Studien sind imperfekt, ist nicht adjustiert nach, ja, da werden immer diese Sachen benutzt, und, äh, ja, das ist der Weg, Leute, ja, die, so funktioniert das, das ist das, äh, offizielle Werkzeug bei diesen Leuten, so arbeiten diese Leute, und, äh, wie gesagt, mein Argument ist dagegen immer, warum gibt es, warum gibt es diese Studie hier nicht über eine Kiwi, warum gibt es die nicht über eine Erdnuss, warum gibt es diese Studien immer nur über Tierprodukte, ganz komischer Zufall, ja, ganz, ganz seltsamer Zufall, wie gesagt, ich habe zwei Videos gemacht, wo ich das ausführlich erklärt habe, ähm, wie man verstehen kann, welche Studie stimmt und welche nicht, ja, aber, ähm, ja, das ist ganz wichtig zu verstehen, ja, wenn ihr solche Videos von diesen Leuten guckt, versteht immer, ja, die eine wird euch immer sagen, Korrelation ist keine Kausalität, ja, und der andere wird sagen, hat nicht adjustiert, und, äh, so widerlegt man dann jede Studie einfach, ja, weil man es keine einzige Studie gibt, die man nicht anzweifeln kann, ja, ich kann jede Studie widerlegen, die ihr wollt, ja, zeigt mir die perfekteste Studie, ich werde einfach irgendwas, entweder das eine oder das andere Argument benutzen, um diese Studie zu entkräften, ja, und, äh, wie gesagt, aber keiner, oder diese Leute, die sowas machen, die denken einfach nicht logisch, ja, die, wie gesagt, die denken nicht daran, warum ist diese Studie komischerweise, warum gibt es tausende von Studien gegen Milch, ja, und zigtausende Studien gegen Fleisch und so, wie kann das kommen, und null Studien gegen Bananen, und null Studien gegen Kirschen, und, ja, ganz, ganz komisch, ja, und das liegt daran, weil ihnen die Inhaltsstoffe dafür fehlen, damit sie ungesund sind, ja, aber wie auch immer, ja, ganz, ganz großes Rätsel alles, ist unglaublich kompliziert, aber wie auch immer, Leute, ne, dass ihr da Bescheid wisst, ja, Achtung bei solchen Videos immer, wenn ihr Leute seht, die solche Studien gegen Tierprodukte widerlegen, es ist immer eins der zwei, ja, was die da benutzen, und, ähm, naja, da wisst ihr auch Bescheid, ja, was das angeht, seid immer vorsichtig bei diesen Leuten, ja, äh, Zweifel ist unser Produkt, ja, das ist ihr Slogan, den sie natürlich niemals sagen werden, aber von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, und ich hoffe, ich konnte euch hier inspirieren, was dieses Thema angeht, und wir sehen uns dann, wie immer, im nächsten Video. Peace out.